happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele heute mal wieder free 5x und ich spiele denke ich mal bettroyal und danach cs viel spaß ok die erste runde geht los allerdings erst im flieger und ich glaube ich schüsse euch nicht so gut ja warum bockst du mich? ich hab doch gar nichts getan und warum schießt ihr auf mich? geht weg von mir ja gut ich werde mal wieder dort hinspringen wo der blaue punkt ist aber wo ist der blaue? doch bisschen laut wo ist denn der blaue punkt? der ist da oben zum bull eye ok da werde ich wahrscheinlich nicht ganz hinkommen springen mal viele ab hier viele spiele unterwegs hier es wird also spannend go 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 da fliegt er viel schneller als ich ich habe wieder durch zufalls generator ermittelt was für ein charakter ich nehme wie er aussehen soll wie immer das haustier mache ich nur manchmal dies weil ich das eigentlich vergessen fällt mir gerade ein naja egal munition aber keine pistole oder gewehr da läuft einer direkt ein spieler da läuft der spieler dann laufen wir erstmal hier hoch da ist der spieler hin? ich sehe ihn nicht mehr das ist der spieler hin? ich sehe ihn nicht mehr Schauen wir was da da. ich habe ein scharfschützengewehr und eine schrottflinte, die reicht mir erstmal. das wäre natürlich besser, wenn es bessere sachen wären. ok jetzt muss ich schnell. obwohl das richtige scharfschützengewehr ist das hier auch nicht. oh kann ich hacken, das arsenal kann gehackt werden. es ist blau. es ist blau. gleich haben wir bessere sachen. der bereich gehört auch noch dazu, gut. das war ein bisschen mehr geschützt, würde ich sagen. war da unten gerade einer. gibt es da nicht. ich darf doch kein leben mehr haben. 50 leben noch gehabt. schnelle runde. schauen wir uns ihn mal an, was er so macht. erster kill von ihm, das war ich. ja, genau, verbinde dich mal. ich habe dich fast daran gehabt. ein schuss wäre es noch gewesen. das ist auch immer ein bisschen komisch. einer alleine kann das einnehmen. wenn ein gegner kommt, kann ich es nicht mehr einnehmen. aber wenn ich es aufhabe, kann ich trotzdem gegner rein. naja, was soll es. schauen wir mal, was er schönes jetzt hier macht. bin doch leicht erkältet. da oben links läuft einer. da links läuft auch einer. wenn man nicht selber spielt, ist es ganz schön heftig. da rechts ist er. der läuft da rechts hoch. hast du nicht gesehen? hat er doch gesehen. ja, das hätte ich auch benutzen können. hat sich auch gehabt. aber ich dachte, ich kriege den down. weil er war nah gewesen. nice. kriegt aber wenig schaden. der hat einen lag gehabt. aber ich habe den auch nur so wenig schaden gemacht. ich habe dann mal so mit schuss ungefähr 20 schaden gemacht. er hatte 200 leben. ich habe dreimal geschossen. ja, ich hätte noch einmal schießen müssen. wäre down gewesen. zwischen 12 und 20 schaden habe ich immer gemacht. und das halt immer so. ich schieße glaube ich mal mit 5 schuss war das. da hätte ich die toga oder die maxin. da kann ich ja bis zu sie mal hintereinander schießen. aber ich hatte ja nur eine normale schruttflinte. dadurch konnte ich nur zweimal schießen. und dann muss ich nachladen. ah, überlebt er das? ich glaube jetzt ist er dran. er rennt weg. er hat auch gesehen, dass er wahrscheinlich keine chance gegen den hat. er hat sich probiert, dass zu fliehen. er ist ja ein paar fass pro. da um ist er, der eine. ne, er ist weggegangen. ok, da links ist er. da rennt er. hüpft drum. von rechts ist auch einer. ok. er ist umsingelt von zwei seiten. boah. viermal headshot. nice. das wird jetzt spannend. das ist schön. ein spannendes spiel. granate ja. ich will noch einen spieler. ach, da ist einer. also schaden kriegt er normal, hat man ja gerade gesehen. was war das wort da hingeschossen? hat er getroffen? hätte mich gewundert. es sind noch fünf spieler drin. oh, noch einen schuss, dann ist er down. ok. er hat überlebt. gleich dürfte er keine blue walls mehr haben. boah, schon wieder ganz knapp. kommt da nicht mehr raus. ok. es kommt da raus. ist das beste was er machen kann. fliehen. war auch ein sehr guter spieler der andere grad. ich weiß. ich habe leider nicht drauf geachtet wie der heißt. ok. das sind zwei oder drei normale kis denke ich mal. nur noch drei leute da. also zwei spieler. und ich denke eine ki ist das noch. dahinten ist. weiß das spieler was. ne ki. ja. man hört ihn. da ist er. ok. der säuler sich versteckt. das war schön gespielt. ich habe gegen den verlierer gewonnen. äh. gegen den gewinner verloren. gewinner verloren. äh. dann würde ich mal sagen. ich gehe gleich zur nächsten runde über. und. viel spaß. und. es geht die nächste runde los. cs. klexwort. ich hoffe hier wird es ein bisschen besser. wie in gerade. da konnte ich ja nicht viel reißen. hat nur. ja. 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 klar, ich bin auch nicht mehr rein. wie konnte einem so viel geld haben. ich habe 3 sachen gekauft. Das war's. das finde ich besser. ok, dann bleibe ich jetzt erstmal bei der Pistole die gehen schon alle auf Gewehre, aber wie konnte der eine so viel Geld haben vorhin? hm, egal ok, dann enden oh schnell verbinden ach, der ist doch schon tot schon gewollt, auf einem steht da keine Schadensanzeige der andere ist hier hinten links lang gelaufen folgt mir wegs ok nice waren die anderen beiden schon tot gewesen? oh mein Gott kein Geld, sorry folgt mir wohin? ah alter nein ich hänge das gibts doch nicht oh 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 das gibt es doch nicht gerade so schön alles aufgewertet, dann hing ich hier naja egal, es kann ja nur noch besser werden naja, oder auch nicht ein mp40, will in nahe kampf gehen, ok, weg da 1st flood Double kill schnell 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 habe ich noch gekriegt habe ich noch gekriegt perfekt jetzt schnell wieder alles aufwerten hier meine güte noch mal komm, nehmen wir die mit und die einmal 1st Blur 1st Blur ja jetzt habe ich gar nicht viel gemacht aber gut wir haben es geschafft warum ist eigentlich hier oben immer so ein schwarzer streifen der war damals noch nicht da ich habe schon probiert kamera einzustellen an der kamera liegt das nicht muss das was mit dem programm zu tun haben naja egal ich bin der beste spieler gut dann will ich mal sagen das war's für heute ich werde noch meine likes wenig haben 2000,2 von den gegnern war sogar besser als ich naja egal dann sage ich mal dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr aber nichts für meine zeit bis dann habe ich euch viel spaß und auf wiedersehen ciao ciao